Und ich glaube, das machen wir uns viel zu selten bewusst, was alles mit unserem Steuergeld Gutes gemacht wird. Klar macht der Staat auch Fehler, aber zeigt mir irgendjemand, der keine Fehler macht. Es gibt niemand, der keine Fehler macht. Und ich bin nach wie vor davon überzeugt, die beste Art umzuverteilen, damit alle daran mitwirken können, ist übersteuern. Es kann nicht sein, dass ich freiwillig entscheiden kann, ob ich Steuern zahle oder nicht. Die große Mehrheit der Deutschen hat diese Freiheit gar nicht. Da werden die Steuern einfach an der Einkaufskasse abgezogen. Aber wenn ich was erbe und ich kann mir einen guten Steuerberater leisten, dann kann ich das so gestalten, dass ich mich nicht am Allgemeinwohl beteilige.